Die Sendung heute wird eine interessante Mischung werden aus Science Fiction, Suche nach außerirdischen Lebewesen und aller modernster Astrophysik. Es geht um die Frage, was ist der galaktische Zoo? Ja, gibt es da draußen etwa einen Zoo oder was? Was soll das sein, der galaktische Zoo? Und der galaktische Zoo ist in der Tat ein Begriff, der in der Diskussion über die Suche nach außerirdischem Leben eine ganz wichtige Rolle spielt. Das begann 1950. Enrico Fermi, ein berühmter Physiker, Nobelpreisträger, der Erbauer des ersten Kernreaktors, machte sich Gedanken über folgende Frage. Wenn es eine außerirdische Zivilisation gibt, in der Milchstraße, die schon seit Milliarden Jahren in der Milchstraße existiert, dann, so Fermi, hätte sie mit Sicherheit auch eine Technologie entwickelt, um die ganze Milchstraße zu kolonisieren. Und er schätze so ab, naja, wenn die sich also mit einer gewissen Geschwindigkeit durch die Milchstraße bewegen, von Generationenraumschiff zu Generationenraumschiff, dann brauchen die ungefähr so 50, vielleicht 100 Millionen Jahre, um die ganze Milchstraße zu erkunden und herauszufinden, ob es irgendwo anders noch Leben gibt. Und Fermi machte folgende Schlussfolgerung. Die Tatsache, dass sie noch nicht hier sind, bedeutet, es gibt sie nicht. Denn Fermi sagte folgendes, die Milchstraße ist ungefähr 10 Milliarden Jahre alt, eine typische Kolonisierungsphase dauert also ungefähr, sagen wir, 30 bis 100 Millionen Jahre. Das ist viel, viel kleiner als die Dauer der Milchstraße, das Alter der Milchstraße. Also müssten wir erwarten, dass schon ein paar Zivilisationsfronten über die Erde hinweggegangen sind. Also, da es diese Zivilisationsfronten, die noch nie hier angekommen sind, hat Fermi geschlossen, es gibt sie nicht. Das war eine ziemlich harte Nuss für diejenigen, die also in den 60er dann anfangen, sich zu überlegen, wie könnte man nach außerirdischen Zivilisationen suchen, indem man also die Funksignale der außerirdischen Lebewesen mit Hilfe von Radioteleskopen aufnahm. Das war so die Zeit, wo diese Diskussion losging, haben wir eine Möglichkeit, da draußen nach den Außerirdischen zu suchen, indem wir nach den Funksignalen suchen. Und Fermis Frage, Fermis Paradoxon, wo sind sie denn? Das war ein unglaubliches Problem. Und dann fing man an, Alternativkonzepte zu entwickeln. Wie könnte man um die Frage, die Fermi aufstellte, nämlich, wieso sind sie noch nicht da? Fermi sagt, es gibt sie nicht. Wie könnte man um die herumkommen? Da gab es zum Beispiel die sogenannte, ich würde sie Arroganzhypothesen nennen. Nach dem Motto, na, die Außerirdischen, die haben schon festgestellt, wir sind so primitiv, die wollen mit uns gar nichts zu tun haben, deswegen werden die sie uns gar nicht zeigen. Da gab es dann Rechnungen, die zunächst einmal bestätigten, dass man in der Tat die Milchstraße schneller kolonisieren kann, als Fermi das ausgerechnet hatte. Wenn es mit den Generationenraumschiffen klappt, könnte man das für den 20 Millionen Jahren machen, nicht? Aber die Arroganzhypothese würde dann sagen, man verschließt sich vor unseren Augen, die Außerirdischen verschließen sich vor unseren Teleskopen und deswegen werden wir erst überhaupt dann in den galaktischen Club aufgenommen, wenn wir gewisse Aufgaben gelöst haben. Überbevölkerung, atomare Bewaffnung, Ökologie und so weiter und so weiter und erst dann eines Tages geht die Tür auf. Einige haben ausgerechnet so nach 5000, 6000 Jahren Zivilisation auf dem Planeten, sollte die Tür aufgehen und dann würden wir erkennen, dass die anderen da wären. Naja, also das ist nicht besonders überzeugend und wissenschaftlich schon gar nicht. Die andere Hypothese ist aber die vom galaktischen Zoo. Da geht es nämlich überhaupt nicht darum, dass die anderen sich uns nicht zeigen, sondern wir sind für die in gewisser Weise ein Studienobjekt. Wir liegen in einer Nische in der Milchstraße und man guckt mal, wie sich das so entwickelt. Man will überhaupt nichts mit uns zu tun haben, man lässt uns freien Lauf und davon mag es viele Planeten geben und die anderen, die zeigen sich uns deswegen nicht, weil sie der Meinung sind, die sollen mal in Ruhe werden, bevor sie was sind und dann können wir mal weitersehen. Also der galaktische Zoo hat in den letzten Jahren allerdings eine ganz wissenschaftliche Begründung gefunden, denn er stellt in gewisser Weise so etwas wie ein Modell dafür dar, wie sich Leben in der Milchstraße entwickelt haben könnte. Mit anderen Worten, gibt es überhaupt Besucher im galaktischen Zoo oder sind wir vielleicht die einzigen in der Milchstraße? Und das kann man wunderbar verknüpfen mit den allerneuesten Erkenntnissen über die Entwicklung von Planeten in der Milchstraße. Wir haben ja Planeten gefunden, um Sterne herum, es gibt inzwischen fast, ich glaube, mehr als 100. Und diese ganzen, diese Sterne, die Planeten haben, haben alle mindestens so viele schwere Elemente, sie entsinnen sich, schwere Elemente sind die im Periodensystem jenseits von Helium, also Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter, die haben also mindestens so viele schwere Elemente, die Häufigkeit der schweren Elemente in den Sternen mit Planeten ist mindestens so hoch wie bei unserer Sonne. Bei Sternen, die weniger schwere Elemente haben, hat man keine Planeten gefunden. Das heißt, man könnte zu folgender Überlegung kommen, ein Stern, wenn er Planeten haben soll, muss eine gewisse Menge an schweren Elementen haben. Jetzt kommen die schweren Elemente ja nicht von alleine irgendwo hin. In der Milchstraße zum Beispiel, unserer Scheibengalaxie, gibt es in der Mitte den sogenannten Balch, den stellaren Wulst. Das ist eine Kugel mehr oder weniger, das sind die zentralen 1000, 2000 Lichtjahre und da drumherum ist die Scheibe. Die Sonne liegt in der Scheibe, wir sind ja ungefähr 30.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Die Metallhäufigkeit, also die Häufigkeit an schweren Elementen ist nun nicht überall gleich in der Milchstraße, sondern die Metallhäufigkeit ist innen am höchsten. Innen gibt es wahnsinnig viele schwere Elemente. Die Sterne da innen drin sind voller schwerer Elemente, ist auch kein Wunder, sind auch die ältesten Sterne. Das heißt, die sind schon eine ganze Weile am Leben. Es gab eine ganze Reihe von Supernova-Generationen, die da schon explodiert sind, die ihre schweren Elemente ans Universum zurückgegeben haben und so weiter. Also, dass da viele schwere Elemente existieren, ist keine Frage. In der Scheibe nach außen hin nimmt der Metallgehalt, also der Gehalt an schweren Elementen immer mehr und mehr ab. Aber er nimmt nicht steil ab, sondern es ist ganz moderat so nach außen hin. Also, was passiert? Unsere Sonne ist in einem Abstand von 30.000 Lichtjahren und hat einen Metallgehalt, der ihrem Alter eigentlich gar nicht entspricht. Die Sonne ist ja 4,5 Milliarden Jahre alt. Und weil dieser ganze Metallverteilungsprozess in der Milchstraße, darüber müssen wir übrigens eine Sendung machen, Galaktische Fontäne, mach mal, wie diese Elemente verteilt werden, erzähle ich Ihnen andermal. Also, diese Elemente werden verteilt und die Sonne hat in dem Abstand von 30.000 Lichtjahren, bei einem Alter von 4,5 Milliarden Jahren, hat sie eigentlich viel zu viel schwere Elemente. Deswegen gab es schon Modelle, die gesagt haben, die Sonne ist gar nicht in diesem Abstand von 30.000 Lichtjahren entstanden, sondern ist viel näher entstanden, viel näher am Zentrum entstanden und dann aufgrund von irgendeinem Prozess nach außen gedriftet. Also, nochmal, die galaktische Zoohypothese setzt voraus, dass es nicht nur jemanden gibt, den man anguckt, sondern es muss auch einen Betrachter geben. Wir sind jetzt gerade in dem Bereich der Milchstraße, wo genügend schwere Elemente vorhanden sind. Es gibt sozusagen die bewohnbare Zone in der Milchstraße, die ist ungefähr in einem Bereich von 20.000 bis 40.000 Lichtjahren vom Zentrum und genau da liegt ja unsere Sonne, weil die Metalle genau die richtige Menge haben. Nicht zu viel, wie innen drin, da ist es natürlich auch sehr gefährlich, weil die Sterndichte ist sehr hoch. Nicht zu wenig, wie draußen, da ist es ja klar, bis die Metalle von da nach da gewandelt sind. Es dauert nur, weil deswegen sind in der Scheibe relativ wenig Metalle. Die Sonne ist genau in diesem bewohnbaren Bereich. Und genau das könnte das Problem sein. Wenn unsere Sonne, und das wissen wir, ich wiederhole es nochmal, wir haben ja die Planeten nur entdeckt um Sterne herum, die mindestens so viele Metalle haben wie die Sonne. Metalle ist bei mir immer dasselbe wie schwere Elemente. Sie wissen ja, Astronomen sagen, alles was schwer ist als Helium, ist für einen Astronom ja ein Metall. Kohlenstoff ist ein Metall, Stickstoff ist ein Metall. Ich meine, das darf man keinem Chemielehrer sagen, ist ja Quatsch. Aber für uns sind alle schweren Elemente sind Metalle, deswegen praktisch das Synonym Metall und schwere Elemente sind immer dasselbe. Also, die Sonne ist also auf einem Platz in dieser bewohnbaren Zone. Das setzt zunächst einmal voraus, oder das hat zur Folge, so kann ich es eigentlich sagen, dass wir Gebiete in der Milchstraße ausschließen können, in denen es überhaupt Bewohner geben kann. Auf der einen Seite die Forderung, es müssen genügend Metalle sein, ist okay. Das heißt, Riesenbereiche der Milchstraße, nämlich die, die draußen sind, die fallen schon mal weg. Da können gar keine Bewohner erzeugt worden sein, weil es überhaupt keine Planeten gibt, weil da keine Metalle sind. Innen drin der Teil ist viel zu gefährlich, Sterndichte ist hoch, Supernova-Explosionsrate ist zu hoch. Tja, dumm gelaufen. Also, innen den Teil können wir auch weglassen und wir sind in dieser Lebenszone. In dieser Lebenszone gibt es aber nun auch wieder Bereiche, wo es besser ist, wenn man da nicht ist. Zum Beispiel die Spiralarme, die sich da von innen nach außen durchziehen. In den Spiralarmen ist die Supernova-Rate sehr hoch, ist auch nichts, ist auch zu gefährlich. Und jetzt kann man mal angucken, in welchem Hinterhof unsere Sonne so ist. Die Sonne ist in einer, wie soll man sagen, in einer lokalen Blase, die relativ leer ist. Keine Sternentstehungsgebiete in der Nähe. Die geophysikalischen Experimente und geologischen Untersuchungen der Sedimente sagen uns, es gab auch keine Supernova-Explosion innerhalb der letzten viereinhalb Milliarden Jahre in unmittelbarer Umgebung. Also insofern sind wir vielleicht nicht in einem galaktischen Zoo, aber in einem ruhigen galaktischen Hinterhof. Da ist sonst niemand außer uns. So weit, so gut. Also wenn wir diejenigen sind, die man anguckt, müssen wir uns fragen, wo sind die anderen unter der färmischen Bedingung, die am Anfang der Sendung ja die Rede war, dass die anderen eine Entwicklungszeit gehabt haben von Milliarden Jahren. Wo können die hergekommen sein? Richtige uralte Objekte in der Milchstraße haben wir also hier draußen eigentlich kaum. Da gibt es zwar ein paar, aber nicht sehr viele in dieser Lebenszone, weil hier ständig neue Sterne entstehen. Die richtig alten Objekte sind entweder im Kern der Milchstraße oder in den Kugelhaufen. In den Kugelhaufen, die ja um die Milchstraße herumkreisen. Das Dumme an den Kugelhaufen ist Folgendes. Die sind so alt, die Kugelhaufen, dass ihr Metallgehalt wahnsinnig klein ist. Ist ja klar, bis der Metallgehalt ein bisschen anwächst, muss ja eine Weile vergehen. Also etliche Kugelhaufen sind ja uralt. Die sind ja teilweise 13 Milliarden Jahre alt. Wäre natürlich perfekt. Eine 13 Milliarden Jahre alte Zivilisation, die hätte ja Ewigkeiten zur Verfügung gehabt, um die Milchstraße zu kolonisieren. Aber das Dumme ist also, die Kugelhaufen haben überhaupt keine Metalle. So gut wie keine, sagen wir mal so. Das heißt, die Kugelhaufen fallen auch weg. Als lebensspendende oder, ja, belebte Teile der Milchstraße. Wir haben nichts anderes als diesen Teil in dem Ring in unserer Milchstraße, wo sich Leben entwickeln kann. Das ist die bewohnbare Zone der Milchstraße. Wenn man sich das jetzt mal überlegt. Also angefangen habe ich damit, dass Fermi sich überlegt hat, naja, also wir haben eine Zivilisation, die breitet sich praktisch wie so ein Virus über der Milchstraße aus. Und aus der Tatsache, dass sie noch nicht hier gewesen sind, hat Fermi geschlossen, das gibt sie nicht. Heutzutage würden wir Astronomen sagen, Fermis Überlegung in allen Ehren. Es könnte aber sein, dass wir, also die Bewohner des Planeten Erde, der sich um den Stern Sonne, den wir Sonne nennen, dreht, dass wir möglicherweise die ersten Bewohner in der Milchstraße sind. Weil vorher konnte es noch keine geben, da war der Metallgehalt in dieser bewohnbaren Zone noch zu klein. Das heißt, möglicherweise ist der galaktische Zoo noch gar nicht eröffnet, weil es überhaupt keine Bewohner gibt, die so ein Zoo besuchen könnten. Und es gibt auch noch gar keine primitiveren Organismen, die man dann anschauen könnte. Denn für die Entwicklung von Technologie, für die Entwicklung eines Planeten hin zu einer Zivilisation, die anfängt, nicht nur ihren Planeten zu kolonisieren, sondern sogar in den Weltraum zu gehen, dazu sind natürlich Schritte notwendig, die weit über das astrophysikalische Thema hinausgehen. Will man nämlich einen Planeten so zivilisieren, dass die planetare Gemeinschaft, sozusagen die Bewohner des Planeten, also des Dorfs sozusagen, auf dieser Kugel, wenn die sich aufmachen wollen, um den Weltraum zu kolonisieren, indem sie Generationenraumschiffe bauen, in denen dann Generationen von Lebewesen sich durch den interstellaren Raum bewegen, denn auf diesen Generationenraumschiffen, die bauen ja eine Weile, zum Beispiel zu Alpha Centauri, um zu Alpha Centauri zu kommen, haben diese Leute es nicht so einfach wie sie, sie können einfach das Fernsehen anmachen, sondern die müssen dann ja wirklich hinfliegen, und die paar Lichtjahre, die dauern. Das heißt, für eine solche Zivilisation wäre es absolut notwendig, die planetaren Probleme zu lösen. Planetare Probleme heißt, der Rücken muss frei sein für solche riesengroßen Aktionen um Generationenraumschiffen. Planetare Probleme ist ganz klar. Die ökologischen Probleme müssen gelöst werden. Möglicherweise muss ein solcher Planet durch einen atomaren Flaschenhals durch. Wenn also solche verschiedene Machtbereiche aufeinander losgehen, dann darf es eben nicht dazu kommen, dass der Planet in einem atomaren Holocaust vergeht. All diese Dinge müssen gelöst werden. Die Überbevölkerung muss gelöst werden und so weiter. Also, wenn wir eines Tages wirklich als Menschen zu den Besuchern und nicht zu den angeguckten Tieren des galaktischen Zoos gehören wollen, dann müssen wir unsere Probleme auf unserem Planeten lösen. Und vielleicht gelingt es uns auf diese Art und Weise, endlich vom Tier zum Menschen zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der 73, 2017 automate aber auch diese Art und Weise. Untertitelung des ZDF, 2020